Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen kurzen Ankündigungsvideo und zwar geht es heute darum, dass ich ganz spontan entschlossen habe, heute Abend um 20 Uhr oder ab 20 Uhr Fallout 4 im Livestream zu zocken. Natürlich werde ich von ganz woanders starten, als zuletzt aufgehört im Let's Play, weil ich will auch nichts spoilern, aber probieren wir es einfach aus und machen mal zum Beispiel ein paar angefangene Quests, die wir noch nicht fertig haben zu Ende. Wie lange das Ganze geht, ist ungewiss. Ich denke mal bis maximal 0 Uhr so vielleicht. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr kommt, freue ich mich. Wenn ihr schon was vorhabt, ist es auch nicht schlimm. Ich werde trotzdem zocken. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss!